Mama hat uns verlassen, das ist nicht so toll und jetzt spiele ich hier schon und es macht keinen Spaß, dieses Spiel macht keinen Spaß, ich spiele eigentlich so gerne an der Konsolen, aber es macht mir einfach keinen Spaß, Mama ist nicht mehr da. Mein Sohn, den höre ich ja weinen bis hierhin, um den sollte ich mich mal besser kümmern, ich glaube, ich gehe mal zu ihm ins Zimmer, das klingt aber wirklich gar nicht gut. Hey Maxi, na, alles klar? Hallo Papa. Was ist denn los, was ist denn los, erzähl mir doch, warum weinst du denn? Ja warte, ich mache das Spiel aus, das macht alles keinen Spaß, Papa, ich werfe die Kontrolle einfach hin, das macht keinen Spaß. Hey, du musst ihn doch nicht hinschmeißen, was ist denn los, was ist denn los, erzähl mir doch. Papa, ja, was soll denn los sein, du und Mama habt euch gestritten und ihr wohnen nicht mehr zusammen und ihr seid weg. Ich weiß, wir haben uns gestritten und wir haben uns getrennt, das stimmt auch, aber hey Maxi, manchmal ist, bei Erwachsenen ist das einfach manchmal so, dass man merkt, dass man nicht mehr zueinander findet, das musst du leider akzeptieren. Kommt der Mama irgendwann wieder? Ich befürchte, du siehst sie ja ab und zu, die holt dich ja dann jeden Freitag für das Wochenende ab, aber wohnt sie vielleicht irgendwann wieder mal bei uns? Ich befürchte, die wohnen erstmal nicht mehr bei uns, aber hey Maxi, weißt du was, ich habe eine gute Nachricht. Ja, was denn, ja was denn. Also, du weißt ja wahrscheinlich auch, dass Erwachsene sich nach einer gewissen Zeit, wenn man sich getrennt hat, dass man sich auch wieder mit anderen Leuten trifft. Und was wäre, wenn ich dir sage, Mama hat einen neuen Freund, dann mach das, Papa, du bist ihr Ehemann, du musst orientieren. Mama hat keinen neuen Freund, aber was wäre, wenn ich dir sage, dass vielleicht bei uns eine andere Frau bald einzieht, also vielleicht nicht deine neue Mutter, aber eine Stiefmutter. Eine, eine, was, eine Stiefmutter? Ja, genau. Nein, ich vermisse aber Mama, keiner ist so gut wie Mama. Das, das, das will ich auch gar nicht sagen, dass es deine neue Mutter wird, aber es ist eine neue Person, die sich auch gut um dich kümmern würde, weil ich sie kennengelernt habe und wir uns sehr, sehr mögen, der Papa und sie. Papa, 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 wann hast du sie denn kennengelernt? Willst du nicht vielleicht lieber Mama zurück in die Wohnung holen? Willst du dich Mama versöhnen? Die Mama, die Mama, die möchte das nicht und ich habe auch das Gefühl, dass das nicht mehr funktionieren wird mit uns und da muss man dann einfach sich auch mit anderen Leuten wieder treffen, aber Maxi, weißt du was, ich glaube, du solltest sie einfach mal kennenlernen, vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, wie du jetzt gerade denkst, ich werde die einfach mal herholen und ihr werdet euch bestimmt mega gut verstehen, die, die kann dann mit dir zusammen Videospiele spielen und. Nein, nein, ich, ich möchte, ich möchte ein Eis essen gehen. Okay, dann weißt du was, dann gehen wir alle zusammen ein Eis essen. Okay, super. Papa. Okay, Maxi, da sind wir jetzt auch schon, also. Papa, lass mich los, ich bin nicht so klein. Papa, lass mich los. Ist doch gut, ich lasse dich schon los. Aber welches Eis möchtest du denn? Ja, hallo, hallo, hier habe ich erst mal eine Blume und ich hätte gerne, ich hätte gerne ein Erdbeereis. Ein Erdbeereis, alles klar, entschuldigen Sie, wir hätten gerne ein Erdbeereis, wäre das möglich? Ja, klar, Schätzchen, hier, Erdbeereis, ja, das ist da, so. Und mit deiner Kirche oben drauf, bitte. Ja, genau, eine Kirche. Eine Kirche hier, hier, eine Kirche. Ah, nein, das sieht doch lecker aus. Maxi, siehst du, da wird auch deine Laune jetzt doch schon direkt viel höher sein. Papa, das hat auch geschmeckt, Papa, das hat super geschmeckt. Ja, das hoffe ich auch. Aber weißt du was, Maxi, es wartet da drüben hinter dem Baum schon jemand auf der Bank, nämlich die neue Person in meinem Leben. Das ist nämlich, das ist nämlich, weißt du was, guck mal, du hast jetzt ein Eis gegessen, dir geht es wieder besser. Komm, wir lernen die jetzt mal zusammen kennen. Das ist nämlich, okay, aber geh du vor, Papa. Ja, ich geh vor, keine Sorge. Oh, Christopher, hallöchen. Hallöchen, Schätzchen. Ich hab den Maxi jetzt dabei und ich würde sagen, wir stellen euch jetzt mal zusammen vor. Ja, klar. Also, Maxi, du kannst gerne herkommen. Komm her, nicht so schüchtern. Also, Maxi, das ist die Silvia. Silvia, das ist der Maxi. Hallo, Maxi, hallöchen, Maxi, ich bin die Silvia, ich bin die Freundin von deinem Vater, von dem Christopher, ja, genau. Und ich bin eigentlich dann auch bald deine Stiefmutter. Moment mal, so schnell geht das nicht. Ich hab deine eigene Mama, ich hab noch deine eigene Mama, so schnell geht das nicht. Ja, Maxi, natürlich. Vergehst du deine eigene Mama? Ich bin jetzt deine Mama, okay? Was? Ich hab deine Mama nicht. Maxi, komm, wir gehen jetzt einfach nur mal rumspazieren mit dem Christopher, also mit deinem Vater, genau. Oder wenn du möchtest, können wir auch zu dir nach Hause. Und wir werden bestimmt eine gute Zeit zusammen haben. Äh, ja, gut. Hier hab ich noch ne Blume für dich, weil ich dachte, ich bin so nett, dann gib dir ne Blume. Oh mein Gott, ja, dankeschön. Der Christopher sieht grad nicht hin. Ja, den Blumen brauch ich eigentlich nicht. Ja, klar, Maxi, komm, wir gehen jetzt einfach nur mal spazieren. Oh, ihr beide, ihr versteht euch ja einfach hervorragend. Also, ihr seid schon eine Herz und eine Seele. Ja, klar, das freut mich aber. Silvia, hast du grad meine Blume in den Mülleimer geworfen? Was soll das denn? Ja, erzähl ich dir später. Komm, wir gehen jetzt einfach nur mal spazieren. Klar. Ah, lass mich los, Silvia. Ich kann alleine gehen. Ja, ich lass dich nicht los. Es ist so. Äh, Silvia, Silvia, kann ich vielleicht doch ein Eis kriegen? Hm, so, erstmal, ich bin nicht die Silvia für dich. Ich bin, ich bin, nenn mich einfach nur, ja, ich weiß nicht, wie du dich mehr nennen sollst. Eigentlich möchte ich nicht, dass du mich irgendwie nennst. Ja, genau, ich bin die Silvia, aber ich bin viel älter als du. Ja, soll ich dich jetzt sieben oder nur, weil du älter bist? Ich sag auch zu Papa, Papa und nicht sie. Das ist, hä? Ich bin, ich bin erstens, ich bin nicht deine Mutter. Du hast deine Mutter und das bin nicht ich. Ja, hab ich auch gesagt. Ich kaufe dir kein Eis und mittlerweile es ist... Ich kaufe dir kein Eis? Ich kaufe dir kein Eis, weil... Aber warum denn nicht? Ja, weil ich, ich bin eigentlich nur mit deinem Vater zusammen und eigentlich nicht halt, wollte ich überhaupt nicht in meinem Leben haben. Aber jetzt muss ich halt irgendwie damit klarkommen. Und vor allem muss ich auch irgendwie so tun, als ob ich dich mag. Ja, alles klar. Ähm, ehrlich gesagt, ich denke, wir müssen einfach nur mal... Ja, später... Was soll das denn? Du bist, du bist, du bist ja richtig gemein. Du bist ja gar nicht nett. Papa, weißt du, dass du bist nett. Ach du, nein, ich bin nicht gemeint. Ich bin gar nicht gemeint. Ich bin nur zu Kindern gemeint, die ich nicht mag. Aber ja, okay. Ja, genau, du... Ja, kannst du mich jetzt loslassen? Ich kann alleine gehen. Ja, nee, wir gehen jetzt... Lass einfach nur... Ja, wir gehen jetzt einfach nur zu mir nach Hause und ich glaube... Oder zu dir. Ich weiß ja gar nicht. Da ist ein Hase. Kann ich vielleicht zum... Kann ich mit dem Hasen spielen? Du kannst nix machen. Ich wollte einfach nur mit dir klären, dass ich dich nicht mag. Äh, kann ich nicht mit dem Hasen spielen? Warum magst du das denn nicht? Du kannst nix machen. Komm zu mir jetzt. Jetzt hab ich... Ja, ja, ich komm ja schon. Was soll das denn? Wir gehen jetzt mal zu deinem Vater und du sagst ihm nix von mir. Und wie fies ich zu dir bin. Ich bin einfach nur so fies zu dir. Aber ich wollte einfach nur, dass wir das jetzt klarstellen, dass ich dich nicht mag. Ach, hi Christopher! Ihr beide, Hallöchen. Ihr versteht euch so gut. Nein, du mir gar nicht. Ich bin wirklich... Ich bin wirklich... Ach, Maxi. Also, du musst vielleicht noch so ein bisschen dich dran gewöhnen, dass du jetzt eine neue Mutter hast. Aber ihr versteht euch so hervorragend. Ich bin wirklich einfach nur hin und weg. Also, Silvia, Schatz, ich find das wirklich auch wirklich toll, wie du schon die Mutterrolle annimmst. Das ist auch einfach nur traumhaft. Ich muss auch sagen, ich muss nachher noch zur Arbeit. Deswegen würde ich auch direkt vorschlagen, dass ihr den restlichen Tag zusammen verbringt. Nein, nein, Papa, gar keinen Papa. Kannst du dich die Babysitterin rufen? Papa, Papa, kannst du dich die Babysitter rufen? Die Babysitterin, die ist immer so teuer. Und die Silvia, die macht das doch gerne. Ja, ich kümmere mich um dich, Maxi. Und Christopher, das tue ich alles. Ich tue alles für dich eigentlich. Und dein Sohn ist einfach nur so wunderschön. Ist so nett und ist so... Oh mein Gott, das ist einfach nur... Ah, Silvia, du kümmerst dich so gut um ihn. Also, da kann ich wirklich von Glück reden, dass ich so eine tolle Person kennengelernt habe. Oh, du bist so süß, Christopher. Ja, okay, Maxi, dann können wir schon mal... Was soll das denn? Ich will wieder raus. Also, du gehst jetzt zu mir nach Hause und du sagst deinem Vater nichts. Hast du mich verstanden? Äh, äh, Moment mal. Was soll ich tun? Okay, 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 okay. Ich sag Papa nichts. Aber wir gehen nicht zu dir nach Hause. Wir gehen zu mir nach Hause. Hat Papa gesagt. Du musst mich nach Hause bringen, weil... Ja, das ist wichtig. Das ist total egal eigentlich. Also, ich kann... Ja, aber okay, okay. Das ist total egal. Ich fühle mich einfach nur viel wohler bei mir zu Hause. Deswegen gehen wir einfach nur zu mir nach Hause. Und wir machen das, was ich möchte. Hast du mich verstanden? Ja, okay. Dein Vater muss jetzt einfach nur jetzt mal kurz irgendwie... Ich weiß nicht, wo du eigentlich musst. Bestimmt arbeiten oder so. Er muss arbeiten, hat er gesagt. Ja, klar. Er muss arbeiten. Und deswegen... Ich bin zwar dann mit dir einfach nur hier stecken geblieben. Und dieser... Aber ist in Ordnung. Ich, äh... Du musst Zeit mit mir verbringen. Das ist doch nichts Dramatisches. Das ist dramatisch. Das ist dramatisch. Das ist dramatisch. Ja, okay. Ich möchte mit dir eigentlich nichts zu tun haben. Aber ja, jetzt... Jetzt sind wir hier wohl. Alles klar. Lass uns einfach nur nach Hause gehen. Und du bleibst still. Und du nervst mich nicht. Ja, ist okay. Ach, ich bin einfach nur so glücklich, dass die beiden sich so gut verstehen. Also, so wie ich das gerade gesehen habe, sind die beiden schon längst ein Herz und eine Seele. Ich glaube, der Maxi, der wird sich so wohl bei ihr fühlen. Und die werden noch ein richtig gutes Team sein, die beiden. Oh, oh, cool. Du hast ja... Du hast ja einen Garten. Boah, der Garten sieht richtig cool aus. Ja, klar. Ich habe einen Garten. Ja, äh... Aber eigentlich... Und vielleicht stehen wir ja die Mütze. Wow, die Mütze steht mir, oder? Ja, Maxi. Weißt du was? Die Mütze steht dir. Und wenn du jetzt schon hier... Wenn du total fasziniert von meinem Garten bist, dann kannst du mir auch helfen damit. Ich bin aber noch ein Kind. Wie soll ich dir denn helfen? Ja, guck mal. Da sind auf jeden Fall ein paar Tomaten, die schon reif sind. Ich würde mal sagen, du kannst die mal sammeln und ich gehe mal ein bisschen chillen. Ja, wo sammle ich sie? Und da, wo du möchtest. Mir ist es mir total egal eigentlich. Hier kannst du ein paar nehmen. Also, ich weiß jetzt auch nicht. Was hast du denn da... Ach, was ist das denn? Ach, das ist so... Da lagern wir die Tomaten hin. Okay. Ja, genau. Genau das macht man. Ja, ich gehe mal erstmal ein bisschen chillen und... Und... Ach, eigentlich... Du kannst... Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass du mich rufen kannst, wenn du was brauchst. Aber eigentlich... Ruf mich bitte nicht. Okay, okay. Oh mein Gott. Ich will... Ich bin einfach nur so wundervoll. Ich hab den... Der muss jetzt einfach nur bei mir zu Hause arbeiten. Und das war auch... Das war auch... Das war die beste Idee, die ich jemals hatte. Ach, jetzt kann ich einfach nur in Ruhe bei mir zu Hause chillen. Und er kann einfach nur alles machen, was ich ihm sage. Das ist wundervoll. Ach, soll ich den... Ja, es ist ein bisschen unaufgeräumt hier bei mir. Ach, in einer halben Stunde rufe ich den einfach nur und sag mal einfach nur, dass der hier bei mir mein Zimmer aufräumen soll. Ach, ich... Das ist die beste Zeit. Ach man, das Ganze ist irgendwie so voll schwierig. Und ich krieg das irgendwie alles nicht in den Sack rein. Das heißt, ich tu die einfach mal hier hin. Oh, guck mal, die hab ich schon geschnitten. Mann, das ist voll schwer. So, ich lass die, glaub ich, liegen, weil anders krieg ich es hin. Ich probier mal auch eine. Hm, lecker. Die schmecken irgendwie alle ganz gut. So, vielleicht sollte ich auch mal die Pflanze hier machen. Und ja, ich mach die Pflanze auch schon. Vielleicht ist dann Silvia ein bisschen netter, weil ich schon mehr gemacht habe, als ich sollte. Wow, das sieht doch schon gut aus. Ich glaub, ich ruf mal die Silvia. Äh, Silvia, Silvia, komm mal. Oh, ich hab doch gesagt, du musst mich nicht rufen. Ja, Silvia. Was hast du gerade gemacht? Wo ist die Tomatenpflanze, die bei mir? Wo ist die Pflanze hin? Ich habe dir einen Job gegeben. Einen Job. Du musst es nur ein... Was machst du denn, Silvia? Ich hab, ich hab, ich dachte, ich bin so freundlich. Du mach auch schon die Pflanze. Was für freundlich? Du kannst nicht freundlich sein. Ich hasse dich. Nein, was hast du... Was ist das... Oh mein Gott, wo ist meine Pflanze? Was hast du denn da gemacht? Du, du bist jetzt... Du gehst jetzt zu mir, du gehst jetzt nach Hause und du räumst jetzt da alles auf, weil das wird deine Strafe sein. Du bist... Du hast eine... Du hast eine Strafe verdient. Ich weiß nicht. Ich hab was Schlimmes gemacht, aber Papa wird das nicht sagen. Ja, warum? Papa, sagst du nichts. Du hast mich verstanden, ne? Damit du einfach nur hier überhaupt bleiben darfst, wirst du auf jeden Fall nichts deinem Vater sagen. Jetzt mal hier, guck mal. Ich hab hier ein bisschen so Kissen da rumlegen. Kannst du einfach nur mal helfen, hier bei mir aufzuräumen. Dann nehme ich das Kissen und das andere Kissen auch, packst jetzt auf das Sofa hin. Mann, warum muss ich denn die ganze Arbeit hier machen? Ich bin doch... Ich bin doch nicht... Ich bin doch nicht die Arbeiterschaft. So, was soll das denn? Oh ja, okay. Es reicht schon, glaube ich. Also du kannst... Wenn du möchtest, kannst du auch noch was kochen für mich oder so. Ich sag was kochen für dich? Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich bin doch ein Kind. Du kriegst es schon hin. Du hast... Hast du nix gekocht zu Hause? Hä? Was ist denn... Was denn dein Vater... Hat dich... Hat dir das nicht beigebracht? Ich verstehe das jetzt auch nicht. Da ist ein Kuchen. Ich glaube... Ach, der Kuchen... Ich muss mal den Kuchen probieren. Mh, lecker. Der Kuchen war ziemlich lecker. Silvia, der Kuchen in deiner Küche war ziemlich lecker. Wow. Hast du... Hast du den Kuchen gebacken? Ach, hast du gerade wirklich mal Kuchen gegessen? Äh. Hast du... Hast du gerade wirklich mal Kuchen gegessen? Aber ich hatte Hunger, Silvia. Ich hatte auch Hunger. Was für Hunger? Nein, du... Raus! Raus aus meinem... Oh mein Gott, das war so... Das war wirklich das Schen... Aber wo soll ich da hin gehen, Silvia? Du musst auf die Bibelstelle hin. Das war die schlimmste Idee, dich einfach nur hierhin in mein Haus einzuladen. Geh einfach nur nach Hause. Mir ist es total egal, ob dein Vater da was sagt. Es ist... Geh einfach nur nach Hause. Dein Vater kommt da hin und dann bist du einfach nur allein zu Hause. Es ist mir sowas von egal. Du hast mal einen Kuchen gegessen. Das war das Letzte, was du machen hier konntest. Na gut, dann gehe ich alleine nach Hause. Dann gehe ich weg. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe doch nur versucht, im Garten fortzuarbeiten, sodass Silvia stolz auf mich ist. Vielleicht hätte sie dann gute Laune bekommen. Aber die ist einfach gemein zu mir. Ich gehe nach Hause. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, wie ich nach Hause komme. Das heißt, ich muss jetzt zu Fuß nach Hause. Jetzt habe ich Silvia. Ich muss den ganzen Weg nach Hause gehen. Das war ziemlich anstrengend. Und jetzt... Und Silvia war so gemein zu mir. Ich hoffe, Papa kommt einfach nur gleich. Ah, das war ja mal ein langer Arbeitstag. Aber zum Glück ist es jetzt endlich vorbei. So, ich bin wieder da. Wer... Ist hier jemand? Äh... Äh... Maxi? Was ist denn los? Warum weinst du denn? Hallo, Papa? Wie geht's, Papa? Hallo! Mir geht's gut. Ich habe jetzt Freihaben. Und wie geht's hier? Weinst du gerade? Was ist denn los? Papa? Ja, die Silvi war so gemein zu mir, Papa. Die Silvi ist echt gemein. Sie hat mich nach Hause geschickt. Äh, äh, äh... Also, was? Ja, sie hat mich den ganzen Tag nur geärgert. Sie hat mich Gartenarbeit machen lassen. Sie hat mich ihre Wohnung aufräumen lassen. Und sie war total gemein zu mir, den ganzen Tag. Was? Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Die Silvi, die ist doch zu mir immer so lieb und herzlich. Also, das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Da muss irgendein Missverständnis gewesen sein. Nein, das war kein Missverständnis. Vielleicht hast du das auch falsch verstanden. Oder du vermisst einfach noch deine Mutter zu sehr. Nein, das liegt nicht an Mama. Die Stiefmama. Also, die Silvi ist nicht nett. Ganz einfach. Also, also, das klingt für mich aber gar nicht nach der Silvi. Okay, weißt du was? Also, es tut mir leid, wenn der Eindruck entstanden ist. Aber, äh, dann werde ich natürlich mit der Silvi sprechen. Oh, Papa. Warte, es hat da natürlich geklingelt. Hast du das gehört? Ja, wer ist das denn wohl? Oh, oh, äh. Hallo, Silvi. Wir haben gerade von dir gesprochen. Oh, nein. Na, wie war der Tag? Ja, hallo. Habt ihr euch gut verstanden? Ja, klar haben wir uns gut verstanden. Das war der beste Tag zusammen mit Maxi. Tja, das ist doch schön. Siehst du, siehst du, Maxi? Also, dann war doch eigentlich alles gut. Also, ihr habt euch doch gut verstanden, sagt die Silvi. Es war doch alles gut, Maxi, oder? Ja, also. Ich verstecke mich nicht. Ich verstecke mich nicht nur. Was wir verstecken, Maxi? Wir sind doch gute Freunde geworden. Maxi, was ist das? Habt ihr Suchen und Verstecken gespielt, ihr beide? Nein, nein, nein. Ja, ihr beide seid es aber auch. Ihr habt ja wirklich den ganzen Tag nur gespielt. Also, ihr habt euch ja wirklich, ihr versteht euch ja noch viel besser, als ich dachte. Ihr seid ja wirklich wie Pech und Schwefel. Ja, stimmt. Das sind wir tatsächlich. Papa, 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 so verliebt. Er sieht gar nicht, wie sie ihn manipuliert. Siehst du, Silvi, der Maxi, der will sich schon wieder verstecken. Ich glaube, der will schon wieder, dass du ihn suchst. Ihr habt wohl noch nicht zu Ende von sich wohl verstecken. Ja, klar, dann such dann. Dann kann ich den auch mal suchen. Maxi, 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 wo bist du? Maxi. Ich bin hier. Du bleibst ruhig. Hast du mich verstanden? Warum bist du denn jetzt wieder so gemein? Du warst doch gerade so nett noch, als Papa da war. Ich bin nett nur, wenn dein Vater ist. Hast du mich verstanden? Ich bin nicht nett zu dir, weil... Ehrlich gesagt, du weißt genau, warum ich nicht jetzt zu dir bin. Ich bin nur wegen deinem Vater hier. Nun nicht wegen dir. Du bist... Und vor allem... Was versuchst du jetzt noch, deinem Vater hier zu sagen? Du versteckst dich vor mir... Ach, das ist der schlimmste Tag jemals in meinem Leben. Ich glaube, ich gehe einfach schlafen. Wenn der Christopher nur wüsste, wie ich seinen Sohn einfach nur hasse.